so hi und hallo mal wieder da doch ein paar interesse an so alte booster haben habe ich hier noch zwei sogenannte alte blister und zwar fifa world cup brasilien wm 2014 die blister haben gekostet 4 euro 90 mit einer limitierte karte und die sieht man sofort vorne drauf und was sie sich jetzt noch in den boostern versteckt das schauen wir uns natürlich jetzt mal an wie gesagt limitierte karte ist schon etwas hochwertiger der preis dafür ist schon gestiegen jetzt öffnen mal die booster dass ich hoffe dass ich da auch einige hochwertige karten finde und ihr posten wir natürlich weiter wie euch das gefällt haupte die auch gesammelt habt und und hier waren jetzt nur die basis karten drinne hoffe ja wirklich dass ich noch was finde habe ich auch meine seite muss ich auch nachschauen vielleicht ist sie ein bisschen mehr wert aber nichts zu trotz könnt ihr mir posten ob ihr eure sammelmappe vollständig hat oder habt ihr gar nicht erst angefangen seid weil ich glaube mit den boostern karten fing das zu dem zeitpunkt richtig an oder eben die älteren star wars ist ja ganz klar davor gab es natürlich auch fußball die habe ich natürlich auch aber hiermit fing die meisten glaube ich an mit brasilien könnte mir natürlich auch posten wann ihr angefangen seid aber ich sehe es schon es sind ganz einfach basis karten nur wie sie alle schon ausgesehen haben damals so letzte booster aus dem blister ja ihr selber seht standard basis karten wie es aussieht wird ein längeres video weil öffnen wir jetzt gleich sofort das zweite blister da brauche ich kein weiteres video zu machen das ist die limitierte karte die schon das mehr wert ist ich hoffe dass hier ein paar anständige karten bei sind aber den ersten booster auf keinen fall von hochwertig kann man davon nicht richtig sprechen also wenn ihr noch weitere interesse an alte booster habt ich sehe es ja dass einige es wollen werde ich immer wieder was altes jetzt besorgt ich habe noch ein paar alte herumfliegen ich glaube bundesliga 10 11 12 13 habe ich auch noch hier rumfliegen und 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 werde ich auch noch mal wieder öffnen wenn euch das so interessiert vorletzte booster da haben die spieler besonders eher richtig interessant ah die haben sich schon ein paar tage verändert so kommen nun zum letzten booster aus dem zweiten blister aber wie ihr selber gesehen habt sind alles nur basis karten drin also das waren wir jetzt meine alten blister die ich noch hatte von der wm 2014 das waren die beiden limitierten karten und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu so 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 so